So Leute, eigentlich wagt man jetzt in die Erdmannschölle in Haseln, aber die ist aktuell wegen Tänznerbrunnen Probleme gesperrt. Heißt, für uns geht es auf die Ruine in Werach. So. 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 Wenn es noch einen Weg gibt, hoffen wir es auch. Soll es noch einen Weg geben. Oh, warum muss das denn los? Oh, warum muss das denn los? Oh, warum muss das denn los? Willst du Zwerg und Räder sehen? Muss diesen Weg begehen? Oh, warum muss das denn los? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So Leute, hier sitzt sie also, Bunkurinia Verach, nicht viel Übrigheit, die Bunkurinia. Hier sind ein paar Farb, hier sind ein paar Tafeln, ein paar Aufzeichnungen, hier geht es in den Wald wieder. Hier ist ein paar Tafeln, da kann ich nicht mehr gucken, aber ich habe jetzt noch ein paar Tafeln. Untertitelung des ZDF, 2020